Soll ich bei dem bleiben, was mich glücklich macht? Ich will es finden da! Warum lernst du von mir da vorne? Ich komme aus einer Familie, wir haben total viel Musik gemacht immer früher, weil wir auch eine große Familie sind und irgendwie so viel gesungen haben. Und ich mache das eigentlich auch total gerne, das ist wichtig, aber irgendwie habe ich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik. Ich würde es nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen. Chore habe ich früher viel gesungen.